So, hallo und herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil des Let's Test The Curious Expedition. Wir haben bereits im ersten Teil das Tutorial durchgemacht, was relativ flott ging und deswegen herzlich willkommen zum zweiten Teil. Wir wollen jetzt natürlich wissen, wie fühlt sich das Spiel eigentlich an, haben so ein paar Grundlagen gelernt und ich würde sagen, wir starten auch gleich mit einem neuen Spiel in The Curious Expedition. Ich höre übrigens keine Musik mehr, falls euch das auch aufgefallen ist. Jetzt hoffe ich mal, dass es wieder anfängt. Ich schaue mal hier, ja okay, Musik ist noch an. Hier unten Droid Boy 2014 Maschinenmensch. Sehr geil. Okay, es geht los, das neue Spiel. So, wen wollen wir sein? Hier haben wir die Möglichkeit, uns Charakter auszusuchen und dazu kann man ein bisschen was sagen, denn als, das sind übrigens Berliner Entwickler, als es darum ging, es gab eine neue Diskussion von wegen, es gibt zu wenig weibliche Hauptdarsteller oder Charaktere in Spielen. Daraufhin haben die Berliner Entwickler gesagt, okay, wir machen mal einen Break mit dem Spiel und machen uns so lange Gedanken über weibliche Charaktere, bis wir tatsächlich 50-50 an weiblichen und männlichen Charakteren haben. Deswegen, ja, sind hier 50-50 weibliche Charaktere. Hier am Anfang nicht, da haben wir nur drei. Unter anderem Marie Curie, die ihr alle kennt. Conducted pioneering research and radioactive and first woman to win a Nobel Prize. Sehr cool. Also, darum, das war halt ganz cool und das wollte ich nur mal so kurz erwähnt haben. Hier oben schwirrt übrigens ein kleiner Luftballon. Hallo. So, Charles Darwin, mit dem haben wir gerade eben schon ein bisschen gespielt. English naturalist and geologist best known for his contributions to evolutionary theory. Butterfly enthusiast gains sanity each time a butterfly is collected. Ah, okay, das wussten wir, das haben wir gerade eben auch nicht gewusst. Jedes Mal, wenn Charles Darwin eine Butterfliege sammelt, ein Schmetterling, ja, dann geht es ihm ein bisschen besser, ist er ein bisschen glücklicher und seine Sanity, also sein Durchhaltevermögen steigt. Sehr cool. Was hat denn Marie Curie für Speziale stärken? Strong mind, increase the maximum sanity. Okay, die hat insgesamt einfach ein bisschen mehr Reserven und deswegen, ja, weil sie halt einfach eine starke Persönlichkeit ist. Richard Francis Burton, wer ist das denn? Heroic adventurer with excellent knowledge of languages and cultures. Der wird wahrscheinlich kein Problem haben, mit den Eingeborenen zu kommunizieren. Cartographer increases the gained compass accuracy when uncovering fields. Ja, der ist mir sehr, sehr sympathisch, auch aufgrund seines wunderschönen Schnurrbartes, aber auch Charles Sabah davon hat einen wunderschönen Bart gehabt. Und ich würde sagen, weil wir das Tutorial mit Charles Darwin gespielt haben, nehmen wir uns jetzt mal Marie Curie zur Seite und spielen ein wenig mit er, deswegen klicken wir mal drauf. So, das ist die Welt. Wir befinden uns hier vermutlich in China, so wie das aussieht. Indien, China, könnte hinkommen, ne? Okay. Choose your next destination, the untouched grasslands. A well-balanced region consisting mostly of white grasslands. Ja, da klicken wir drauf, das haben wir schon getan. Kann man noch irgendwie anders? Kann man das drehen? Oh ja, man kann es drehen. Das ist sehr schön. Und der Google Maps Marker, das ist vermutlich Google Earth. Und der Google Maps Marker, der bleibt dann hier hängen und hüpft hier rüber, so wie bei Unendless Scrolling. Sehr cool. Okay, ja, das machen wir, weil wir haben jetzt auch sowieso keine andere Wahl. Start Expedition. Bling. Okay. Ich habe keine Ahnung, was der Unterschied ist. Ich nehme einfach mal das, was oben steht. Ja. You have opted for random items. The adventure awaits. Ich kann es kaum erwarten. One of the natives told us about a nearby village. Perhaps they have tea. Das wäre schön. So ein wunderbarer Tee ist natürlich immer eine tolle Sache. So, das ist hier unsere kleine Expedition. Wir zoomen mal ran, beziehungsweise raus. Okay. Wir haben hier wirklich ein kleines Abenteuer zu bestehen. Nearby Village. Wir haben hier verschiedene Villages, so wie ich das sehe. So. Dann würde ich aber mal sagen, wir gehen jetzt erstmal hier. Was haben wir denn da alles? Sehr spannend. Swamps, shallow river, light jungle, grasslands. Sehr spannend. Was sagt denn unser Kompass? Okay. Der sagt halt nicht da oben, aber sonst überall sonst. Alles klar. Ja. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal so Richtung Höhle. Sehr cool. Explore the cave. Oh, wir haben hier, Verzeihung, Ausrüstungsgegenstände. Die wollen wir natürlich mal untersuchen. Wir haben Chocolate Rations. Delicious chocolate wrapped in foil. Used to refill some sanity. Wunderbar. Dann haben wir Torch. A torch can come in handy whenever you need to bring light to dark places. Or just set things on fire really easily. Da wir gleich in eine Höhle gehen werden, könnte das eventuell nützlich sein. Rope. Ein Seil. Rope number one. The most important item of every self-respecting adventurer. Auf jeden Fall. Wie wir auch wissen von Herr der Ringe, da war dieses Elfenseil sehr nützlich und löste sich auch zum rechten Zeitpunkt vom Felsbrocken oben. So. Was haben wir hier? Ammo. Ammo for your rifles. Ich glaube, wir haben keine Rifles. Das macht aber nichts. So. Wir gehen mal in die Höhle. Mal schauen, was dort passiert. We approached a cave. The entrance led deep into the darkness. We would need a torch in order to venture into this depth. Und da wir eine Fackel haben, würde ich mal sagen, explore cave. We lit a torch and descended into the darkness. We found a concealed opening in one of the walls that seemed to lead into another part of the cave. Only one person could fit into the opening. So. Und nun haben wir nun die Wahl, wen wir da wohl reinschicken können. Entweder Isaac Henry Spencer, Lieutenant Robert Schmidt oder wir verlassen das Ganze, weil Marie Curie würde sich dort niemals selbst reinbegeben, so wie das aussieht. Aber ich glaube, Marie Curie würde sich da reinbegeben. So. Wir haben hier einen Esel, einen Donkey, Level 1. A Donkey can carry three additional crates. Ne, cool. Wir haben einen Esel dabei. Finde ich total sympathisch. Was ist denn, wenn man da draufklickt? Kann man da draufklicken? Hm. Wir haben noch zusätzliche Infos. Sehr, sehr schnuckelig gemacht, muss ich mal sagen. Sehr stimmungsvoll. So. Wunderbar. Capacity. Eins. Okay. Wunderbar. So. Schön. Hat viel Liebe dabei, die Marie Curie. So wie es aussieht, drei blaue Herzchen. Wir werden natürlich Lieutenant Robert Schmidt reinschicken. Falls da eine Gefahr ist, kann er sie beherzt abwenden. Und in Höhlen könnte ja sein, dass da einmal zufällig ein Bär oder so ist. Also hinein mit dir, Lieutenant Robert Schmidt und gutes Gelingen. We elected Lieutenant Robert Schmidt to investigate the opening. After some time, Lieutenant Robert Schmidt crawled back out of the darkness. While he did not return with any treasure, he had stumbled upon the entrance to a vast underground network. Knowledge that would be invaluable for further expeditions. Okay. Wir haben nichts Besonderes gefunden, außer noch weitere Höhlengänge, was man vielleicht später nochmal erkunden kann. Dieses Wissen nehmen wir mit uns. Und ja, haben wir irgendwas davon bekommen? Ich weiß es nicht. Wir lieben auf jeden Fall. We moved on. There were more adventures awaiting us. Cool. Unsere erste kleine Expedition oder unser erst kleiner Abstecher in eine Höhle, was wirklich sehr cool war. Und dann würde ich sagen, machen wir gleich mal unseren nächsten Abstecher. Nämlich zu diesem kleinen eingeborenen Dorf. Ab durch den Dschungel und enter Village. As we approached the settlement, the villagers observed us with curiosity. They were kind and offered us what they could. Wir könnten jetzt den Chef besuchen. Wir könnten über Nacht bleiben. Wir könnten jemanden rekrutieren. Wir könnten handeln. Oder wir könnten gehen. Und ich würde sagen, wir würden versuchen mal jemanden zu rekrutieren. Weil dann können wir nämlich... Wobei, wir haben ja noch ein bisschen Platz. Ich weiß nicht, ob wir noch jemanden rekrutieren müssen. Ich würde es einfach mal probieren. We asked a round to found out if anyone was interested to join our course. No one wanted to join our track. However, one of the elder villagers offered us a healthy looking water buffalo. Cool. Wir könnten einen Wasserbüffel mitnehmen. Das heißt, wir könnten noch mehr tragen. Das werden wir doch mal probieren, oder? Recruit water buffalo. Bam, bada. A water buffalo. We got a water buffalo. While we still felt welcome, we would tell that the villagers had become disturbed about our presence. Aha. Wir dürfen uns also nicht allzu lange aufhalten. Das heißt, wir sollten vielleicht... Hm. Über Nacht brauchen wir eigentlich nicht zu bleiben. Handel treiben könnten wir. Vielleicht sollten wir das aber nicht beim ersten Mal gleich übertreiben. Deswegen würde ich jetzt mal vorschlagen, verlassen wir das Dorf. Wir haben etwas bekommen. Wir haben etwas mitbekommen. Und das muss auch erstmal reichen. Wir müssen ja nicht gleich immer die volle Packung haben. So, vielen Dank, liebe Villager, für den Wasserbüffel. Und wir können da mitten jetzt noch viel mehr tragen. Sollten wir noch was finden? Ein Traum. So. Tschüss. We packed up the track and headed out as new adventures could be waiting around the next corner. Jawohl. Das nächste Abenteuer wartet gleich um die Ecke. So, hier haben wir im Prinzip einen Berg, zu dem wir hinlaufen könnten. Ich weiß es nicht. Wir könnten aber auch hier lang. Was sagt denn unser Kompass? Okay. Unser Kompass sagt ganz eindeutig irgendwo hier oben. Und darum würde ich mal sagen, gehen wir nicht hier hin, sondern versuchen uns ein bisschen in diese Richtung zu halten. Damit wir uns nicht allzu weit von unserem eigentlichen Ziel entfernen und unsere Sanity nicht darunter zu leiden hat. Also, ab, ab in diese Richtung. Wunderbar. Grasslands. Wir haben nichts Besonderes entdeckt. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal hier lang. New Region. Wunderbar. Hier haben wir ein Fragezeichen. Keine Ahnung, was das bedeutet. So. Und da oben. Ah, da haben wir auch noch Anzeigen. Da können wir auch mal drüber gehen und gucken. Mr. 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 Kalju. Kalju. Unser Esel heißt Mr. Kalju. Sehr sympathisch. A donkey can carry three additional crates. Und es steht ein Level-Up zur Verfügung. Increased inventory size. Level-Up. Nice. Okay. Ja, super. Noch mal? Oder wird das dann irgendwo abgezogen? Ich sehe es gar nicht. Ach so, wir haben hier XP. Ja gut, jetzt haben wir auf jeden Fall mal unseren Esel geupdatet. Ich würde sagen, wir müssten auch vielleicht noch jemand anderen updaten. Wir könnten auch Isaac Henry Spencer updaten, den Mönch. Missionary. Ein Missionar. The spiritual and moral backbone of the track. Increases maximum sanity points. Brauchen wir gerade nicht. Was haben wir hier? Every track needs at least one person in the front line. And this is your man. He finds great satisfaction in combat. Gain sanity through combat. Okay. Das ist mir jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so sympathisch. Das ist mir ein bisschen zu friedlich. Und der ist mir ein bisschen zu militant. Aber sicher ist sicher. Deswegen werden wir den mal leveln. Geht nicht. Ach so, wir haben nur ein XP. Wochen aber vier. Ich verstehe. Dann haben wir jetzt gerade mal kurz unseren Esel geupdatet. Wobei wir vielleicht ein Update lieber auf Lieutenant Robert Schmidt gemacht hätten. Egal. Gut. Gut. Aber wir haben hier zumindest mal ein bisschen Übersicht. Experience points can be used to level up characters. Roger. Warum hat der denn? Dann können wir dismissen. Können wir die anderen auch dismissen? Ja. Bis auf Marie Curie können wir eigentlich alle dismissen. Wunderbar. Okay. Dann machen wir mal weiter. Wir erkunden jetzt mal dieses Fragezeichen im Busch. Aha. Wir haben etwas entdeckt. Examine Shrine. Hoffentlich hat das da nicht so sehr, so viel mit unserem Ansehen zu tun. Hier haben wir auch noch etwas entdeckt. Und was ist da? Okay, hier ist auch noch ein Fragezeichen. Es gibt viel zu erkunden. Und unsere Sanity ist noch gut. Wir müssen nur ein bisschen gucken, dass ihr nicht ganz runter droppt. Examine Shrine. Sweet. We approached what appeared to be a holy shrine. The natives of the region had placed several sacrificial offerings on the outside. We found a stone portal, which would hope for the lead us to the shrine's secret. Ah, okay. Hier stehen wir nun also vor der Wahl, ob wir so richtig schön kolonialzeitmäßig rein gehen und plündern. Oder ob wir das ganze Ding mit Respekt behandeln. Ich finde ja, wir könnten ja mal reingehen und gucken. Dann lernen wir ein bisschen was über die Kultur. Aber wir müssen das Ding ja nicht gleich ausbeuten. Also rein mit euch. Zack. Enter Shrine. Wunderschön. It was a truly awe-inspiring place. We found a mysterious artifact perched precariously on top of an altar in the middle of the room. Also ein hammer tolles Teil wurde gefunden. Und wir haben keine andere Wahl, außer den Altar zu untersuchen. It was a truly awe-inspiring place. We found a magical artifact standing on top of an altar in the middle of the room. Und wir nehmen auf gar keinen Fall die goldene Maske, weil dann sind nämlich die Ureinwohner ziemlich böse. A mask made of pure gold. It seems like this was used to be death mask. Gives 50 fame after reaching expedition goal or when delivered to a mission. I'm sorry, I'm not that kind of guy. We decided that it was better to leave the shrine untouched and harried our departure. Correct. So, was sagt denn unser Kompass? Der macht hier fast eine 360-Grad-Rotation, glaube ich. Nö, der will, dass wir weiter in diese Richtung laufen. Ja, wir könnten natürlich jetzt hier über diesen, hier rüber gehen und das nochmal untersuchen. Das würde ich jetzt gerne mal machen, weil jetzt haben wir hier den schon verpasst. Und, ja, dann gehen wir doch mal gucken, was befindet sich denn hier. Spence's Luminous and Tender Dragonfly. Wir haben einen wunderschönen Schmetterling entdeckt. Das ist toll, aber wir sind leider nicht Charles Darwin. Das heißt, es bringt uns erstmal gar nicht so viel. Oh, okay. Explore Synode. Synode? Keynote? Synode. Wow, wirklich wunderschön. Wir haben hier so eine Art Grotte gefunden, in dem ein Fluss entspringt. Außerdem befinden sich hier wunderbare Wandmalereien an der Wand, die man jetzt hier so direkt nicht sehen kann. An die Wand können wir wunderbar gucken, ohne irgendetwas kaputt zu machen. Das heißt, das werden wir dann auch tun. Look into the well at night. We waited until nightfall and took another look deep into the well. We did not know how, but we could make out the reflections of a distant, distinct temple in the water and voices seemed to speak in our head in unknown yet recognizable tongues. Und etwas sprach mit uns in fremden Zungen. Wunderbar geschrieben. Wir kontinuieren mal. Oh. Irgendwas ist passiert. Wir haben ein bisschen hier oben verloren am Standing, sehe ich gerade. Und unsere Sanity ist auch ein bisschen gedroppt. So, was haben wir denn hier? 21 Tage. Gain fame by exploring the world and finding the golden pyramid. Okay, die goldene Pyramide haben wir leider noch nicht gefunden. Dafür einen tollen Brunnen. Und hier haben wir regions are conquered by using scientific instruments. Ja, wir haben hier eine neue Region entdeckt. Wir sind immer noch im Grasland. Und hier befindet sich ein Löwe. Da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Da laufen wir doch mal hier lang und hoffen, dass der Löwe uns nicht in der Zwischenzeit... Oh, oh, oh. Oh, no. Oh, no. We are attacked by a hungry tiger. Okay, wir haben vier Kanonenkugeln. Sehr geil. Hungry Tiger. Mr. Chelyu. Hoffentlich muss Mr. Chelyu, oder wie der heißt, nicht leiden. A donkey can carry three additional crates. Oder eventuell hier der Wasserbüffel. Okay, ich würde mal sagen... Wir kämpfen, oder? Ja, let's fight. Fight the tiger. We fight a fierce battle. However, we could not prevent Isaac Henry Spencer Unleuthen from being attacked and injured. Oh, nein. Okay. Wir haben auf jeden Fall zwei Verletzte. We stripped what was useful from the dead tiger. Alles klar. Wir haben einen Tigerpelz und raw animal meat. Und das ist sehr cool. Das nehmen wir natürlich mit. Platz haben wir genug. So, wir haben Experience dazu gewonnen. Das ist schon mal cool. Was haben wir denn hier? Hyänen sind da. 35%ige Chance, dass wir einen Kampf mit einer Hyäne machen müssen. Und das sind welche verletzt? Injured. Restricted from performing certain intense actions. Das heißt, wir sollten irgendwie dafür sorgen, dass die geheilt werden. Ich habe noch keine Ahnung, wie das funktioniert. Vielleicht, indem man denen was zu fressen gibt. Left click to use. Delicious. Okay. Hat jetzt aber nicht wirklich weitergeholfen, uns zu heilen, oder? Nö. Hier. Restricted from performing certain. Okay. Vielleicht müssen wir dazu erst ein Dorf erreichen. Wir werden jetzt auf jeden Fall mal auf diesen Berg gehen, wo ein wunderschöner Wasserverlauf oder irgendwas drauf ist. Ein See, das finden wir jetzt mal raus, weil diese Möglichkeit haben wir uns vorhin ja schon entgehen lassen. Also, ab, ab auf den See. Auf den Berg. Oh, oh. Schon wieder? Oh, no. We were attacked by a group of Hyäners. Nein, diesmal werden wir das nicht kämpfen. Erstens mal sind die zu dritt. Zweitens weiß ich, dass Hyänen gar nicht so schnell sind. Und, ja, wir haben schon zwei verletzte Leute. Ich glaube, sonst sterben die nämlich einfach. Also, run, baby. We managed to escape. The group was scared and exhausted afterwards. Okay, das ist erträglich, Gott sei Dank. Wir haben zwar Sanity verloren, aber wir konnten noch abhauen. Und das sieht jetzt so aus, als wären wir nicht in der Lage, hier rüber zu unserem Berg zu kommen. Ich glaube, wir sollten auch einfach so schnell wie möglich hier die Flucht ergreifen. Ja, und unser Kompass zeigt dann eine gewisse Richtung. Wir müssen vielleicht hier irgendwie hochkommen. Das heißt, wir werden jetzt mal hier das Fragezeichen aufsuchen. Oh, yeah. Okay. Okay, aber wir haben noch keine Pyramide gefunden. Die könnte vielleicht aber dort sein. Das heißt, wir werden uns vermutlich in diese Richtung bewegen müssen. Was ist denn hier mit seinem Auge los? Okay, der gottesgläubige Mann hat Angst. Dann sollte er vielleicht nochmal schnell ein Gebet abstoßen. Und wir werden jetzt mal diesen Graveyard, die Grabstätte, erkunden. In der Hoffnung, vielleicht Medizin zu finden oder sowas. Denn ich glaube, wir haben hier nichts, was irgendwie uns helfen könnte, uns zu heilen. A piece of raw animal meat cannot be eaten unless cooked, but makes a good trading item. Okay, das ist gut zu wissen. Wir könnten es also zum Handeln verwenden. Und wir betreten jetzt mal die Grabstätte. This bleak and ancient place was situated in the middle of a swamp, scattered with the remains of long-dead elephants. Ein Elefantenfriedhof. For some reason, hundreds of the beasts had come here to die. Und natürlich untersuchen wir die Gegend. Search area. Oh, haben wir so lange gedauert? Gebraucht. We inspected some skeletons and found some well-preserved elephant tusks. They could be sold for a high price. Ja, und das werden wir doch tun. Die nehmen wir mal alle mit. Genügend Platz im Inventar haben wir noch. Okay, God will guide our way. Naja. Insofern der Herr über meine Maus ist, würde er das vermutlich tun. So, hier scheint alles okay zu sein. Hier kann man auch nichts mehr klicken. Okay. We called together the group and departed. Continue. So, und hier versperrt uns leider die Hyäne komplett den Weg da hoch. Das ist natürlich tragisch, weil wir eigentlich, glaube ich, genau in diese Richtung müssen. Und vermutlich aber auch gewollt. Das heißt, wir werden einen kleinen Umweg gehen müssen. Ja, ich würde, glaube ich, eher so lang gehen. Und hoffen, dass wir da... Komm schon. Okay, hier sind wir. Without access to medical equipment, it was nearly impossible to prevent a wound from getting infected. And Lieutenant Robert Schmidt's wound was beginning to look very unappetizing indeed. Sieht ziemlich unappetitlich aus, die Wunde. Und ja, das tut mir sehr leid, aber ich kann leider, glaube ich, nichts tun. Ähm, leave. We called together the group and departed. Vielleicht essen wir noch irgendwie was vorher. Geht das? Nö? No. Continue. So. Ja, hinter uns an der Seite. Wir haben keine andere Wahl. Unsere Sanity ist ziemlich low, aber wir müssen los. Ähm, und ich würde sagen, wir essen jetzt trotzdem noch ein bisschen Schokolade. Left click to use. Okay. Nochmal. Delicious. Sehr gut. Okay, und der blutet jetzt richtig hart. Ähm, aber wie gesagt, wir haben keine Medizin. Das ist natürlich wirklich tragisch. Und deswegen würden wir sagen, gehen wir jetzt mal schnell hier hin und hoffen, dass dort in der Tat ein Dorf am Start ist. Da haben wir die Pyramide gefunden. Sehr cool. Our artist track had warned Lieutenant Robert Schmidt out and he's succumbed to his wounds today. An dieser Stelle gedenken wir Lieutenant Robert Schmidt, deren Auftrag, deren vollster Erfüllung seiner Pflichten und im besten Gewissen, dass er, blablabla, ist einfach gestorben, weil er total verletzt war, verdammt nochmal. Ja, da müssen wir uns das nächste Mal vielleicht mal umschauen, ob wir vielleicht irgendwo Medizin herbekommen. Lieutenant Robert Schmidt ist verstorben und wir werden ihm ein Kreuzlein aufstellen. Denn Gott sei Dank ist unser Isaac Henry Spencer noch am Leben. Der kann ihr nämlich ein Gebet sprechen. So, wir lieben mal. We packed up the track and left. Continue. Wunderbar. Dann würde ich mal sagen, ab in die Pyramide. Oh. Hier, das wollte ich eigentlich machen. Explore. We found the golden pyramid. Sehr gut. Enter the pyramid. Oha. Good job. Choose a new perk for your explorer. So, jetzt können wir uns vermutlich eine Sache raussuchen, die wir dann unserer Marie Curie zuschreiben können. Nämlich, Explosion Expert. Increased Radius of Dynamite Explosions. Okay, wir können also dafür sorgen, dass sie besser mit Dynamit umgehen kann, was sehr sympathisch ist für eine Frau. Dann, Heavy Carrier. Gained two additional inventory slots. Eigentlich auch geil, zumal man das nicht erwarten würde. Aber, passt. Good reputation. Start. Each expedition with a standing bonus. Auch sehr reizvoll. Kann man in einem Dorf vielleicht ein bisschen mehr machen. Zum Beispiel Medizin kaufen. Da wir jetzt, sagen wir mal, eher nicht so der Typ sind, der Sachen in die Luft sprengt. Und wir meistens einen Träger haben oder ein paar Esel dabei haben. Würde ich mal sagen, steht der Frau Curie sehr gut zu Gesicht, wenn wir ihr Good reputation an den Start bringen. Deswegen, Deal. Wunderbar. Good luck on your future expeditions. Finish expedition. Success. Jihau. Current fame. Dann schauen wir uns jetzt hier nochmal an, was wir... Okay, wir haben gar kein Fame mehr, oder was? Okay. Golden Pyramid 150. Elefanten Stoßzahn 25. Wir haben 25... Eine Region... Kundschaft 25. Zwei Butterfliegen gefunden. Schmetterlinge. Haben 48 Tage gebraucht und insgesamt 162 Fame. Wunderbar. Wir schauen uns nochmal die Map an. Ein Träumchen. Und Finish Expedition. So. Wunderbar. Choose your next destination. Gibt es denn hier irgendetwas? Das war unsere erste Mission. Ja, vorher waren wir hier unten. Jetzt könnten wir hier oben die Untouched Drylands machen. Und dann würde ich sagen, machen wir hier ein kleines Päuschen. Beenden diese Folge. Und ich sage recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, bitte ein Däumchen nach oben. Ansonsten gerne auch abonnieren. Würde ich mich drüber freuen. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.